die Säulein kommt nicht mehr Scheiße ich mach schnell eine Zusammenfassung also der eine sagt zum anderen hey das ist mein Wagen und nicht dein und dann sagt der andere oh ja entschuldigung ich geb ihm den Wagen stehe pam 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 und dann hat der Scorpio 20 mal auf C gedrückt und ist dann ist der irgendwie einfach raus das ist der Weg aber also okay wirklich an sich mal C das ist das Konzept euch und lauf und wird nicht mit einer Schere in den Handel um das ist auch nicht so gut und jemand hat mich bei Facebook etwas geschrieben also er eben so geht es gefährlich mehr konnten wir nicht sehen hören wir sind nur hin also los geht auf geht es mal jetzt von der Zeit schon lange nicht mehr gespielt von einer Woche nicht mehr gespielt eine Woche weg das heißt er ist ja gar nicht besser komme ich beide Erfahrungen nehmen und entdeckt ich glaube so du kannst du vor um die Manzierung für mich auf die Zeit wenn sie voll ist oder ich für dich eben ich bin so heißer weil du bist heiß er du bist heißer und so und noch sehr viel mehr erlebt haben und es war einfach genial und episch über Silvester natürlich und aber eben gesprungen und haben gepugt ja habe ich jetzt so viel damage gegeben oder oder du ich nein ich liebe die Mucke ja ich will nicht schon sterben nicht jetzt ich bin schon gespürt ne ich bin nicht tot ich kann ihn töten kein Problem ne ich muss nachwarten komm ausgewachsenen Bull-Wedung nein ich wollte ihn nennen ich wollte ihn töten da hat mich entgegenst du Autsch Autsch okay Magikirce werde ich sterben ne er hat das war auch ich habe ich habe mir nicht auf dem Autsch absolut geile Autsch war es ist zu stellen näher wo scheiß ins geland ein nicht als existierendes jenna feiert wird und leben und unsere mission hat kapitalismus hat es gute waffen alle munitionen ich glaube und cool ※Ein Mann namens Scooter kontrolliert diese Catch-a-Ride Automaten. ※Er hat vielleicht ein paar Chromosomen zu wenig, aber mit Autos kennt er sich aus. ※Er hat diese Station gespart, damit Banditen sie nicht benutzen können. ※Aber ich registriere einen inaktiven Hyperion-Sat im Camp der Bloodshots. ※Wenn du seinen Interface Adapter an das Catch-a-Ride anschließen kannst, ※häcke ich die Station und besorge dir ein Gefährt. ※Seit Ende. hast du alles schön mit angeboten sie kommen das Schild wechseln du bist ein Noob aber erlaubt wenn es ist scheinbar voll was du an Schild gekauft ich will ein Bild kaufen dann musst du ähm dein Schild wegt tun ah ja ich habe ihn nicht gekauft ich hab's gleich Leute ich hab's gleich er hat es nicht gleich ich hab's geschafft ich bin der Beste ein Sniper die Schneider die Schneider bist du ein Schneider alter Wefel okay diese Waffe ist scheiße gegen den stirb Mami das wäre ein Superman Superman das ist Superman Mutschi brauchen neue Waffen Autsch und er wird nicht ich hab's ich hab's ein A Kettchen töten können ja und ich werde gleich stehen und ich bin gestorben nein hat sich nicht es nicht geschafft scheiße nein ich hab beide mehr rumkriegen schaffe ich geschafft du bist ein Noob weißt du das du bist ein Noob weißt du das ich bin Noob bist Noob oh du glaubst du ich bist ein Eis Noob ich war bei dem nicht um Leben ja jetzt ich bin gestorben jetzt stehe ich wieder Noob nein ja stirb kann halten kann halten kann halten ah stirb du schwein zum sterben nein ich auch zum sterben ah nein 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 weißt du was tut es einfach nicht nein ich war ah oh mein oh ja ich bin wieder hier ja ah auf geht's ah was ist das für Scheißtyp geht noch start irgendwie irgendwie nein ich tue schon wieder Mami nein wegrennen nein schon wieder ich tue schon wieder schon wieder schon wieder Scheiß ich hab keine Granaten Neustärke Seite wechsel Seite wechsel Ich trickste gerade so auf mein Ding ich renne immer auf die rechte Seite dann dreht es sich und dann renne ich wieder auf die andere Seite dann dreht es sich wieder ah also jetzt bist du umzütteln KI ist auch scheiße scheiße jetzt bin ich scheiße ich komme nein komm nicht ich werde dein Tod so wow ja genau das schaffe ich das schaffe ich das schaffe ich das ist es geschafft oh der hatte eine geile Waffe die bin ich eh ok gut ähm die will ich die will ich die will ich oh der warte schnell nein warte schnell ich will meine wieder hä nein das ist schon mal eine Runde geiler ich nehme mal sogar die ist besser das ist schon mal eine Runde schwierig das müssen wir eigentlich machen ach ja mehr Waffen die mehr gute Waffen dabei nein also doch also vielleicht nicht ähm das mit dem Waffensystem ist kompliziert ähm das mit dem Waffensystem ist kompliziert schaden genauigkeit ist ja viel besser also ich habe immer noch 30 Leben hast du noch immer Leben rumliegen meint das ja genau dreig scheiß schließ den Adapter an das Casual dann besorge ich dir ein gratis Fahrzeug na Fahrzeug ok äh das Katz Dingsbums dort hinten siehst du es nicht auf der Karte äh doch äh da hat sich noch mehr zum looten zum looten meinst du war eigentlich nicht das gemeint äh also doch schon das äh ich meinte eigentlich wo ist dieses Dingsbums was wir einsamen müssen aber das hast du anscheinend schon genau ich habe es eingesammelt ach ich dachte schon du bist ein Gegner will ich auf geht's fahaaa kattrack 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 willst du fahren oder das ich äh kattrack 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 n Comp fahrzeugen von ich schnappst relativ also nicht anspannen vorstürzt waren bei waffen wechseln in die raketen oben leitungen wird die leitungen der kippen aber gekennzeichnet das lustige und skinzip fahrzeugen vorliegen fahrzeug u fützend abrufen mit spring über die frucht was exerbeu hat das immer noch nicht kapiert du schnappst relativ laut in das mikrofon ja ist schlucht ich habe vergessen dass man mit dem aus aber ich wollte mit 2 erst die Prozent okay wie geht man schon wieder durch was machte Mensch was machst du ein gar nichts war nur war sprungrecht zu ziehen das war so Sekundär Tasse Karte an der Niederske Loxer aus waren Waffen ablegen drückt er die Kammern Turbo geben ich weiß nicht ich habe mit zehn ich schon ich glaube es pass aus bitte nein ah nein das ist zum Pass kann es auch schon ähm also das ist schießen für mich du kannst auch schießen wow also hä hä kann es auch schnell schauen dann geht es vielleicht schneller Ah, F. Hab's ja rausgefunden. Mensch. Das ist nicht so schick, den Typen nicht zu treffen. Doch, das ist schwierig. Noob. Noob.